So, das Erste, was Sie auf jeden Fall mal machen sollten, sind die Informationen zur Online-Klausur sich durchlösen, die es von der zentralen Einrichtung E-Learning gibt. Da klicken Sie auf, was muss ich beachten. Da kommen Sie in einen eigenen Kurs E-Learning für Studierende. Da gibt es Informationen zu digitalen Prüfungen allgemein. Das ist aber jetzt nicht so entscheidend. Wir haben keine SPU im Hörsaal. Wir dürfen im Moment nicht in den Hörsaal. Wir haben auch keine Open-Book-Prüfung. Wir haben eine ROP-Prüfung. Und alle Dokumente, die hier bei ROP-Prüfung stehen, sollten Sie sich sorgfältig durchlesen. Da gibt es so eine ROP-Checkliste, Informationen betreffend der Teilnahme an Prüfungen und einen Technik-Self-Check für ROP-Prüfungen. Okay, schauen wir da mal rein. Überblick, was man braucht. Ein Laptop-PC, eine Internetverbindung, Mikrofon-Audio, idealerweise mit Headset und auf jeden Fall eine Webcam. So, es ist jetzt nicht nötig, den Laptop überprüft zu lassen. Aber für ROP gibt es auch keine Leihgeräte. Vor der Online-Klausur stehen hier noch so ein paar weitere Hinweise. Kurz vor Klausurstart steht hier, alle Programme bis auf den Browser schließen. Wenn möglich, pro Computer per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden, sonst WLAN. Auf anderen Geräten keine Streams anschauen und so was. Ist eigentlich klar. Also Sie müssen das Internet so frei wie möglich halten. Während der Online-Klausur, das Audio, die Bildschirmübertragung sowie die Kamera müssen während der ganzen Prüfungsdauer aktiv sein. Bei technischen Problemfragen kontaktieren Sie den e-Torter per BBB-Chat oder rufen ihn an und ich bin auch die ganze Prüfung mit dabei und könnte bei inhaltlichen Fragen dann Ihnen helfen. Schauen wir noch mal in die anderen Dokumente rein, was da noch so steht. Technik-Self-Check für die Rohprüfung, Internetzugang, Browser, möglichst Google Chrome oder Firefox benutzen, weil sonst gibt es da manchmal Probleme. Headset, Lautsprecher, Mikro, Webcam sollte laufen. So, wenn Sie schon mal an einer von den Synchron-Sitzungen teilgenommen haben, im Grunde sind das dieselben Anforderungen, wie wenn Sie vernünftig an diesen Sitzungen im BigBlueButton teilnehmen wollen, weil das dieselbe Geschichte ist. So, hier gibt es noch wichtige Hinweise, Bildschirmfreigrabe insbesondere für Mac-User, wie das funktioniert. Und Sie können auch, hier haben Sie auch noch mal die Möglichkeit, in so einer Test-BBB-Webkonferenz das direkt beim E-Learning alles auszuprobieren. Das wären jetzt mal die Informationen seitens des E-Learning. Ich versuche noch zu klären, das wäre für die Prüfung ganz hilfreich, ob wir das so machen können, dass Sie als ein Programm, was Sie nebenbei aufhaben dürfen, irgendein Programm benutzen können, indem Sie, wenn Sie jetzt meinetwegen ein Tablet benutzen oder ein Bildschirm, auf dem man schreiben kann oder ein Grafiktablett, dass Sie da irgendein Bildbearbeitungsprogramm haben, wo Sie das dann auch wirklich schreiben können, also OneNote oder sowas, weil sonst müsste das, wenn das nicht geht, das sage ich Ihnen aber noch rechtzeitig Bescheid, dann müssten Sie die handschriftlichen Sachen wirklich so ganz normal auf Papier machen und machen dann nachher ein Foto. Aber dazu kommen wir gleich noch, weil jetzt werden wir mal wieder zurückgehen in den ursprünglichen Moodle-Kurs und da finden wir die Probeprüfung. Also wie läuft das ab mit so einer Moodle-Prüfung, falls Sie das noch nie hatten? Probeprüfung nehmen wir jetzt anklicken, 45 Minuten Zeit habe ich, im Realfall sind es 85 Minuten, ein Versuch ist erlaubt. Dann wollen wir mal anfangen und unseren Versuch nutzen. Hier muss Sie ein Kennwort eingeben, gdm-raute-2021. Im Realfall wird das ein anderes Passwort sein, ist klar. So, jetzt geht es los. Hier steht auch noch mal, was Sie machen müssen. Zwei Aufgaben lösen mit insgesamt sechs Teilaufgaben. In der echten Prüfung sind es vier Aufgaben mit insgesamt zwölf Teilaufgaben. Also gibt es je Aufgabe immer genau drei Teilaufgaben. Für alle offenen Aufgabenteile kann man entweder die Lösung in ein Textfeld schreiben oder als handschriftliche Lösung nachher abgeben. Entweder Sie haben die am Tablet geschrieben, mit dem Stift irgendwie, oder Sie haben das auf Papier geschrieben und machen dann ein Foto. So, aber gehen wir mal in die Prüfung rein. Schauen wir uns mal an, wie das so aussieht. Gehen wir mal hier auf die nächste Seite. Da erwartet uns eben die erste Aufgabe. Der erste Teil ist so was Geschlossenes, wo man einfach nur Zahlenwerte eingeben muss. Und dann kommen diese offenen Aufgabenteile. Und bei den offenen Aufgabenteilen steht auch noch mal extra immer dazu, Sie können Ihre Antwort direkt in das Textfeld schreiben oder im Anschluss als Datei oder Foto hochladen. Dass das Textfeld hier so klein ist, soll Sie nicht wundern. Sie können da auch ganze Romane schreiben. Das wird nur erst mal so klein angezeigt. Ja, so sieht das aus. Dann gibt es hier halt noch eine zweite Aufgabe und im Realfall gäbe es auch noch eine dritte und vierte Aufgabe. Nur damit man das hier noch mal sieht, hier ist auch mal so eine Art Multiple Choice beziehungsweise Zuordnungsfrage, wo man eben die Antworten herausklicken muss. So, und dann, das ist vielleicht auch noch interessant, wenn Sie jetzt keinen physischen Taschenrechner haben und müssen mal zwei plus sechs rechnen, dann können Sie das mit dem eingebauten Taschenrechner in der Prüfung machen. Am Ende der Prüfung, das ist jetzt wichtig, gehen Sie auf Versuch beenden. Und wenn Sie das machen, steht hier noch mal, was Sie beantwortet haben oder nicht beantwortet. Sie können noch mal zurück zum Versuch. Das wird hier auch angezeigt, was Sie beantwortet oder teilweise beantwortet haben mit so einem Häkchen beziehungsweise so einem roten Dreieck. Wenn Sie dann meinen, Sie haben alles soweit und müssen jetzt nur noch Ihre handschriftlichen Lösungen abgeben, dann klicken Sie bitte auf Abgabe. Dann werden Sie noch mal zur Bestätigung eingefordert. Und ab jetzt können Sie an den eingetippten Lösungen nichts mehr ändern. Aber hier oben steht, falls Sie einzelne Aufgabenteile handschriftlich bearbeitet haben, fotografieren Sie diese bitte gegebenenfalls ab und senden Sie die Lösung per E-Mail mit dem Betreff GDM PP 2021 Abgabe zu oder laden Sie diese hier hoch. Wenn Sie auf das hier klicken, dann kommen Sie zu Probe, Prüfung, Datei, Upload. Da können Sie so ganz normal eine Datei hochladen. Oder wenn Sie jetzt ganz modern sind, können Sie auch diesen QR-Code direkt mit dem Handy abfotografieren. Und das zeige ich Ihnen gleich noch. Dann sehen Sie tatsächlich direkt einen Link angezeigt, der eine E-Mail öffnet. Die hat dann schon den richtigen Betreff. Wenn Sie das per E-Mail zuschicken und nicht per Datei Upload machen, kriegen Sie zur Sicherheit, wenn Sie den richtigen Betreff benutzen, auch automatisch eine E-Mail-Eingangsbestätigung von mir. Ja, probieren wir das vielleicht noch mal eben aus, wie das mit dem Abfotografieren funktioniert. So, das funktioniert jetzt je nach Smartphone ein bisschen unterschiedlich. Entweder Sie können direkt die Kamera benutzen oder Sie brauchen halt so eine Barcode-Reader-App. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das liegt an Ihrem Handy. Ich kann das hier mit meiner normalen Kamera machen. Da sehen Sie, aha, der hat da was erkannt. Einen Link an Andreas Fohns. Den werde ich jetzt mal mit Gmail öffnen. Und da sehen Sie, Betreff ist schon eingetragen. Anbei finden Sie meine gescannten Lösungen. Jetzt kann ich eine Datei anhängen. Ja, was haben wir denn? Ach, ich ich sende hier mal irgend so ein albernes Foto. Das ist ja jetzt für den Testzweck mal egal. Jetzt gehe ich auf Senden. Dann ist das abgeschickt worden. Und jetzt müsste ich mich natürlich ein bisschen in Geduld üben. Ich gehe mal wieder rein und da sehe ich, aha, da ist schon was angekommen. Empfangsbestätigung, Probeprüfung hat mir der Herr Fohns zugesandt. Da hat also alles wunderbar funktioniert.